Hey Ho und Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Colossus! Oh yeah! Es ist schon wieder eine halbe Ewigkeit her, dass ich immer wirklich in der Welt war. Mit zweit, dass ich aufgenommen habe. Dass ich in der Welt war, war gerade erst so vor 5 Minuten. Dann dachte ich mir so, ach guck mal, probierst du mal was aus und et voilà, warst du schon wieder ganz woanders. Ähm, so. Erstmal schauen, was machen wir uns Blas-Ferni hier? Die Fernis sind vor sich hin, das finde ich ja cool. So, ähm, gib mir das mal mit, bitte. Danke, so. Jetzt müssten sich nur mal meine Frames wieder einkriegen. Hallo! Frames! Kommt mal bitte aus dem Keller raus. So, warte mal, warte mal, wo war das, warte mal, wo war das? Da reinschmeißen, genau, so. Wir nehmen uns hier noch eben die Carbon Plays mit. Die habe ich nämlich da aus Versehen eben schon reingeschmissen. Es tut mir leid, ich weiß, ich weiß. Schlagt mich, steinigt mich und peitscht mich aus. Ähm, so. Kann ich die eventuell einschmelzen? Ich habe immer nur mal ganz doof gefragt. Theoretisch könnte es gehen. Wenn er erkennen würde, dass er Lava hat. So, erkennst du jetzt, dass du Lava hast? Nein, du erkennst nicht, dass du Lava hast. Wieso erkennst du es nicht? Warte mal, ist da schon wieder was drin? Nö, eigentlich nicht. Hä? Das muss man nicht verstehen, ne? Kann das sein? Hm, okay. Na gut, dann eben nicht. Ähm, num, 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 num. Ich habe mir eben nochmal eine Folge angeguckt. Ich hätte gerade gesagt, das wäre die letzte Folge gewesen, glaube ich. Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendeine Folge habe ich mir mal eben angeguckt. Aus der letzten Aufnahme-Session. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich war zu der Erkenntnis gekommen. Hier ist ganz schön viel Uranium drin. Ja, also, ich meine, zu der Erkenntnis bin ich auch gekommen. Aber, ähm, wir müssten uns so langsam mal Gedanken darüber machen, warum die Frames so im Keller sind. Hallo! Könnt ihr da mal bitte wieder rauskommen? Das wäre voll Knorke und so. Ich würde das total super finden. Ja, machen wir dich erstmal wieder aus. So, ähm, dip, 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 dip. Ich wollte irgendwas Wichtiges sagen. Ich habe nur vergessen, was. Aber was war es nur? So, genau, wir wollten uns allmählich mal um unsere Crop-Farm kümmern. Uns Crop-Farm, die wollten wir, ja, in eine andere Dimension auslagern. So, jetzt hatte ich es mal ein bisschen hin und her probiert und gespielt. Und, naja, was soll ich sagen? Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze in eine andere Dimension zu verlagern. Ähm, in eine andere Dimension wäre zum Beispiel der Neta. Sonst haben wir von, ähm, Open Blocks ist das, glaube ich. Äh, äh, ist das Gate? Ne, das ist dann eben Portal. Äh, Portal, äh, was habe ich denn da eingegeben? Portal. Genau. Ähm, das Portal to the Deep Dark von Extra Utilities. Entschuldigung. Ähm, bringt uns im Prinzip auch in eine andere Dimension. Mit ganz viel Schmerze, die uns weh tut. Das tut eben bei weh. Ähm, deswegen ist das uncool. Ähm, dann gibt es noch von... Ich komme jetzt nicht drauf. Ist das hier mit bei? Auf jeden Fall gibt es noch eine extra Welt. Ähm, The Last Millennium. Ist, äh, auch eine andere Dimension, ist aber voll uncool, weil da ist Gornitsch. Zu überhaupt Gornitsch. Deswegen, ähm, habe ich mal geguckt und habe festgestellt, hey, in dem Modpack gibt es ja sogar Musecraft. So, jetzt war ich eben so schlau, habe mir mal eben ganz kurz, na, wie soll ich sagen, ähm, mal ein ganz kleines Tutorial dazu angeguckt und bin zu der Erkenntnis gekommen. Ähm, das ist irgendwie voll einfach. So, jetzt ist nur die Frage, haben wir Ink? Ja, sogar sie bestückt. Das bringt uns aber, glaube ich, irgendwie so überhaupt gar nicht weiter. Das ist toll. Ähm, Valve, da brauche ich nämlich, das wird teuer. Wie viel kriege ich da jetzt raus? Drei, ja, drei Seiten. Drei Seiten könnten unter Umständen sogar reichen. Ähm, Black Die geht auch. Cool, wenn Black Die auch geht. Das wäre mega. Das wäre sowas von mega gerade. So, wir brauchen aber jetzt erstmal Water Bottles. Bottles. Ich wollte eigentlich nicht das Wasser haben, ich wollte eigentlich eher so die Bottles haben. Okay. Ach, seht ihr da? Ähm, drei, dann machen wir eben sechs. Das ist zwar viel zu viel, aber trotzdem lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig, ne? So. Machen wir die mal eben voll mit Wasser. So, jetzt haben wir sechs Water Bottles. Dann machen wir daraus jetzt. So. Äh, wie, achso, ja, klar. Ich wollte gerade fragen, wieso machst du denn daraus nur ein? Aber, drei Stück. So. Als nächstes, ähm, schauen wir mal. Haben wir Papa, Papa, Paper haben wir sogar auch. Ist das cool. Das läuft ja hier sogar schon fast so. Ähm, Book Stand. Da brauche ich mal. Toll, habe ich jetzt Sache nicht. Ich habe keine Sticks mehr. Ah, ich habe nie Sticks, wenn ich Sticks brauche. Wieso habe ich nie Sticks, wenn ich Sticks brauche? Oh, das kann es doch echt nicht sein. So. Drei Stacks könnten ja wohl erstmal für den Anfang reichen, denke ich mal. So, ähm, Book Stand. Davon machen wir uns mal, ja, vier Stück. Brauche ich sowieso noch ein paar mehr von. So, den linken Modifier. Der hat gar kein Rezept. Okay, gut, dann lassen wir den halt eben weg. Ähm, so, Ink-Mixer. So, dann brauchen wir noch einen Bookbinder. Oh yeah. Ähm, Black Ink haben wir. Das möchte ich nicht, das möchte ich nicht. So. Ein Writing Desk möchte ich noch haben. So, und ich glaube, das war sogar schon so. Das Ganze setzen wir mal oben aufs Dach. Hö, hö. Weil unten würde ich ganz gerne eher so Technik machen und, naja. So. Ja, danke, dass du geleckt hast. Danke, danke. Danke, ich bin dir echt zu tiefstem Dank verpflichtet. So. Ähm, wir hauen mal eben eine da rein. So. Ähm, so. Hab ich Leder? Ich glaube, ich hab Leder. Jetzt sagt bitte nicht, ich hab kein Leder. Ach ja, genau, das war ja was. Ich hab kein Leder. Cool. Wieso hab ich kein Leder? Kann mir das mal irgendeiner verraten, warum ich kein Leder hab? Das ist doch echt nicht cool, ey. Damn, damn, damn. Cow Essence. Hab ich Cow Seeds? Nee, hab ich nicht. Oh, warte mal. Ich hab nicht mal Sticky Resin. Na. Tja, na gut. Dann müssen wir mal eben losfliegen. Kühe klopfen. Ähm. Merkt sich niemand mal bitte jemand die Koordinaten. Wir werden uns sowieso verfliegen. Also von daher. Hm. So. Und wer eine Kuh sieht, schreit. Da ist die Kuh. Da ist die Kuh. Okay. Dann kriegen wir das gemeinsam hier irgendwie hin. Was sind wir hier eigentlich in einem blöde, einfach in einer dusseligen Gegend, ey? Ich stelle das immer wieder fest. So. Das müsste Öl sein. Genau. Was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Höhleneingang. Können wir mal eben zwei Fackeln reinsetzen. Und mal eben die Kohle hier wegnehmen. So. Et voilà. Ist fertig. Oh, guck mal. Hier haben wir sogar noch Kopper. Kopper können wir auch mitnehmen. Kopper, Kopper, Kopper. Wir brauchen ganz viel Kopper. Loppa, 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 lop. So. Hier geht das auch noch rein. Können wir die mal mal so ein bisschen erkunden hier. Finde ich gerade voll praktisch. Nur wie gesagt, es muss sich einer merken, wo wir herkommen. Ach. Sonst sehe ich dann mich echt schwarz, dass wir wieder zurückfinden. So. Und dank Vayne Miner können wir hier auch super locker flockig die Sache mitnehmen. So. Das Krabbel nehmen wir auch mal mit. Wer weiß, wofür wir es noch gebrauchen können. So. Haben wir hier noch was? Nö. Hier ist nichts mehr. Sogar nichts mehr. Ok. Dann nicht. Außer die Kohle. Die Kohle nehmen wir noch mit. Gott. Das war aber viel Kohle. So. Lass mich da mal eben rein. Danke. So. Dam, 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 ba, dam, bam. Habe ich eigentlich was zu essen mitgenommen? Nö. Ah. Schaut mal da. Da ist ein Schweinchen. Ein Schweinchen. Und noch ein Schweinchen. Und das dritte Schweinchen. Damit war es das denn mit den Schweinchen hier. So. Ist das jetzt einfach nur so? Ja, das ist einfach nur Verarschmilch. Okay, gut. Ein Verarschmilchloch. So. Jetzt die Frage. Was war das für Holz? Ich habe nicht drauf geachtet. Oh, Eukalyptus. Ja, Eukalyptus sieht immer schön aus. So. Igitt. Was haben wir denn hier? Ja. Sind das Eisbäume? Ja, das sind Eisbäume. Ja, es sind definitiv Eisbäume. Echt uncoole Angelegenheit mit denen. Da unten sind noch mehr Schweinchen. Oh, und da ist hier. Wie heißt es nochmal? Kohle. Nein. Ah, jetzt habe ich den Stein abgebaut. Na, egal. So. Ich sage euch. Wir kommen mit mehr Kohle zurück, als wir überhaupt wollten. Weil eigentlich wollten wir eigentlich Kühe haben. Und keine Kohle. Oh, naja, okay. Ist halt so. Oh, guck mal. Hier war Lava. So. Mal schauen, wie tief das hier noch runter geht. Oh, guck mal. Da ist ein Creeper. Da ist ein Creeper. Hey, hallo. Schimmert deine Basis? Basispaare. Boah, geht es euch zu gut, oder was? Jetzt geben wir erst mal die Kohle her. So. Da oben nochmal ein bisschen Copper. Und noch ein bisschen Kohle. Und noch ein bisschen Verhungern gleich. Aber dazu kommen wir gleich erst. So. Und so. Und so. Zum Glück müssen wir nicht geizig sein mit den komischen Fackeln. Ah, guck mal. Da ist doch so einer. So. Was haben wir hier noch so Nettes? Ih, geht. Wo bin ich denn? Wieso? Hä? Wieso? Achso, ich verhungere gerade. Okay, gut. Das ist auch gut zu wissen. Ja, I'm too hungry to use rain, meiner. Hahaha. Warte mal. Ich kann auch hier bestimmt das Raw Porkchop fressen, oder nicht? Nom, 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 nom. Ja, wenigstens etwas. Aber ich glaube, ich bin schon gleich vergiftet, oder? War da nicht mal irgendwie sowas? Oder wurde das mittlerweile rausgepatcht? So. Bam, bam. Oh, guck mal. Da ist sogar noch mehr Aluminium. Nehmen wir alles mit. Wir wollten zwar eigentlich, wie gesagt, Leder haben, aber naja. Ähm. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr. Danke. Mach das weg, mach das weg, mach das weg. Mach das weg. Ähm. Ja, hallo. Könnte ich mal bitte wieder was sehen? Danke. Nein, hallo. Mach das weg, mach das weg. Äh, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Appetit hier? Äh, die Seeds schmeißen weg. Ähm. Gunpowder schmeißen weg. Äh. Ja, guck mal. Das war mal ganz einfach so. Problem gelöst. Schmeißen wir das einfach das Appetit weg. Ich weiß sowieso gerade nicht so genau, wofür wir das brauchen. Naja. Wir waren aber eigentlich auf Versuch nach einer Kuh. Von hier aus kommen wir. Hier sind Schweinchen. Ich mag Schweinchen. Was ist das? Das ist eine Aura Note. Okay. Die lassen wir doch mal schön hängen, weil wir haben gar keinen Platz im Inventar. Um das mitzunehmen. Guck mal, Zombie da und Zombie hier. Und noch mehr Zombies da. Komm mal her. Ich möchte doch einfach nur dein Bestes. Gott. Ne, jetzt werden mir das aber zu viele hier. Jetzt werdet ihr aber echt übermütig. Ist das echt eine stumpfe Steinwand? Oder ist das doof? Ich wollte aber, wie gesagt, eigentlich eine Kuh haben. Bist du eine Kuh? Ne, du bist ein Skelett. Das ist doof. Hm. Gut. Da haben wir auf jeden Fall den Vulkan. Mal so als Orientierungspunkt. Wo wir sind. So. Das Skelett hier. Ja, nee. Ein Skelett ist keine Kuh. Definitiv nicht. Habe ich mir jetzt mindestens mal so sagen lassen. Aber müssten wir nicht eigentlich wenigstens ein oder zwei Leder haben? Das wundert mich ehrlich. Ich sage gerade so ganz klein wenig. Wobei wahrscheinlich, ich könnte es mir schon fast denken, haben wir die einzigen Leder, die wir jemals hatten, haben wir in Kaufseeds umgewandelt. Habe ich recht? Vielleicht hätte ich dann noch erstmal gucken sollen. Naja. Gut. Hinterher ist man immer schlauer. So. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Zweckskohle und so. Was haben wir da? Silverohr. Nehmen wir auch mal mit. Brauchen wir zwar nicht wirklich. Genauso wenig wie die Kohle eigentlich. Aber wir nehmen mal alles mit. Das Krabbel lassen wir mal da, weil ich habe eh keinen Platz. So. Es ist noch mehr Schnee und noch mehr Eichbäume und noch mehr... Oh Gott. Ice Blazes. Das ist ja uncool. Irgendwie finden wir hier alles, nur keine einzige Kuh. Wie kann denn das angehen? Wir finden hier wirklich alles. Skelette, Spinnen und Zombies und Öl und... Creeper finden wir auch. Aber wir finden... Keine... Vermattelte Kuh, ey. Na vielleicht haben wir ja Glück und wir haben... Kau-Seeds? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es gerade so ein ganz klein wenig. Wobei, warte mal. Hier ist alles grün. Hier könnte bestimmt irgendwo eine Kuh rumlungern. Hier lungert bestimmt irgendwo eine Kuh rum. So, das ist ein Creeper gewesen. Das ist ein Zombie. Das sind jede Menge Creeper. Ein Kaktus! Und noch eine Aura Node. Oh yeah! Thorncraft, sei Dank. Schauen wir hier nochmal eben rein. Hier gibt es aber irgendwie auch keine Kuh. Uh! Hallo? Kannst du mir doch nicht einfach so ins Ohr röcheln? Dann fliegt man da so längst, denkt sich nichts Böses und einfach mal so... Hört man so nach dem rechten Ohr und ich denke mir so... What the fuck? Und was ist denn das da hinten? Was ist denn das? Garden! Oh yeah! Ich weiß aber nicht, ob ich eigentlich hier hin will. Red and giant, red flower. Oh. Kriege ich daraus irgendwas Vernünftiges? Also komm, gib her! Ähm. Hallo? Wolltest du mir das nicht geben? Wieso ist denn das jetzt der Appetite geworden? Aua! Aua! Hallo, das kannst du doch nicht einfach machen. Mit mir. Na gut. So, Barry. Keine einzige Kuchen. Ey, Mann! Das regt mich jetzt schon so klein wenig auf, ne? Da will man einmal mal so ein bisschen produktiv sein. Und was ist? Pustekuchen ist... Meine ganz blöde Frage. Kann das sein, dass diese dusselige Musik heute voll ätzend laut ist? Oh, guck mal, da hat das Skelett gewesen. Noch eins. Hallo, kanntest du dich mal bitte verziehen, Mann? Oh, guck mal da, noch eins. Oh. So, reicht's euch jetzt? Danke. Schweinchen, aber keine Kühe. Ich möchte doch einfach nur... Wie viele Kühe möchte ich haben? Ich möchte doch nicht mal viele Kühe haben. So. Okay, was haben wir hier? Appetite. Ne, damit fing das Ganze Elend hier irgendwie an. Oh, Zirtis. Zirtis. Zirtis nehmen wir mit. Haben wir für Zirtis auch noch Platz? Ja, klar, wir haben für Zirtis Platz. So. So, ähm, ich muss jetzt aber, glaube ich, erst mal nach Hause finden. Ey, das könnte sich sogar schon fast... Warte mal, Gott, ist das laut! Oder kommt nur mir das so vor? Gott! Und ich hatte das erst neulich lauter gemacht, weil ich mir so dachte, hm, doch ein bisschen laut, ne? So, ähm, da haben wir es ja. Äh, da wollen wir hin. Und da sind wir. Da sind wir und da wollen wir hin. Da oben. Also da sind wir und da wollen wir hin. Hm. Hm. Hm, okay, na gut. Äh, dann jetzt erst mal in die Richtung und dann passt das schon. Ah, muss man irgendwann mal so einen Schlenker nach Norden machen und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Hm. Hm. Keine Kuh weit und breit, dafür schluchten ohne Ende. Wobei, was ist das? Was ist das? Nee, es ist doch nur ein Skelett. So, komm, kurz. Aber hier. Oh, nee, 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 nee. Ich habe jetzt hier gar keine Zeit und gar keine Lust, mich mit euch zu unterhalten. Ach, noch so einer. Äh, oh, ein Enderman. Den nehmen wir aber gerne mit. Hey, kommt zurück. Hallo, ihr könnt doch nicht Alle auf den Kopf bekommen Bitte nur einer, okay, zur Zeit Das wäre total super Nein, kein String, ich möchte Okay, gut, dann kriege ich jetzt keine Enderpearl von dir Nee, Geizhals, ey So, was gibt's hier so Nettes? Kohle gibt's hier Nee, das ist Bitumen, Entschuldigung Bitumen gibt's hier Oh, und Tin, hab ich da verplatzt? Nö, hab ich nicht Was ist das? Tin, hab ich auch keinen Platz für Und nirgends ist eine Kuh Dafür ganz viele Endermänner So, gib mir Deckers, als wenigstens der Enderpearl Auch nicht, oh Gott, ihr könnt mich mal Habt ihr echt keinen Bock, Trulf? Obsidian-Tote? Egal Ich möchte doch einfach nur Irgendwas mal bekommen, was ich haben möchte Und nicht das, was ich hier an Dauer In meinem Kopf Oh, ist das etwa Oh, ist das etwa Es ist eine Oh, ist das geil Oh, ist das geil Oh, ist das geil Oh, ist das geil Oh, ist das geil